Kuchnia Die Küche Ich koche in der Küche. Jeda Eine Mahlzeit Ich bereite eine Mahlzeit zu. Užin Abendessen Abendessen Ja užinaju večeram. Abends esse ich zu Abend. Abends esse ich zu Abend. Blüda Ein Gericht Ich bereite ein Gericht zu. Ich bereite ein Gericht zu. Blüda Das Geschirr Das Geschirr Ja moju posudu. Ich mache den Abwasch. Ich mache den Abwasch. Rakovina Waschbecken Waschbecken Ja moju v Rakovine. Ich putze im Waschbecken. Ich putze im Waschbecken. Uborka Aufräumen 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 Ich habe es im Schrank verstaut. Ich habe es im Schrank. Schcaf Ein Schrank Ein Schrank Ich behare es im Schrank. Ich behare es im Schrank. Moyka Waschen Ich stiraju Ich mache die Wäsche. Ich mache die Wäsche. Stirальная машina Eine Waschmaschine Eine Waschmaschine Ich gebe die Wäsche in die Waschmaschine. Sушка Trocknen Trocknen Ich trockne die Wäsche. Sushilka для Belya Ein Wäscheständer Ein Wäscheständer Ich kladu Belye na Sushilku. Ich lege die Wäsche auf einen Wäscheständer. 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 Ein Buch Ich lese ein Buch. Развлечение Unterhaltung Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich schaue mir einen Film an, um mich zu unterhalten. Film Ein Film Ein Film Ich schaue gerade einen Film. Ich schaue gerade einen Film. Familie Ich schaue gerade einen Film mit der Familie. Ich schaue gerade einen Film. Ein Elternteil Ein Elternteil Ich schaue gerade einen Film. 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 Freizeit 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 Ich schaue gerade einen Film. Ich schaue gerade einen Film. Ich genieße meine Freizeit. Ich – Hobby. Ein Hobby. Ein Hobby. Ich übe ein Hobby aus. Ich übe ein Hobby aus. Das Wandern. Ich mache einen Spaziergang. Eine Reise. Eine Reise. Ich folge einer Wanderroute. Ich folge einer Wanderroute. Der Schlaf. Ich lege zu spät. Ich gehe ins Bett, um zu schlafen. Ich gehe ins Bett, um zu schlafen. Ein Bett. Ein Bett. Ich spü in meiner Kravate. Ich schlafe in meinem Bett. Ich schlafe in meinem Bett. Stol. Ein Schreibtisch. Ein Schreibtisch. Ich spü in meiner Kravate. Ich schlafe in meinem Bett. 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 Untertitelung des ZDF, 2020